Nummer 4. Dieses Bügeleisen ist eine innovative und vielseitige Lösung für alle, die ein leistungsstarkes und praktisches Bügeleisen suchen. Mit einer Leistung von 1300 Watt und einem kontinuierlichen Dampfausstoß von 24 Gramm pro Minute bietet dieses Gerät effizientes bügeln und erfrischendes Dampfen von verschiedenen Stoffen. Dank der beheizten SmartFlow Bügelsohle garantiert dieses Bügeleisen ein zuverlässiges und sicheres bügeln, während eine Bürste und ein Schutzhandschuh gegen Verbrennungen das Bügeln noch komfortabler machen. Nicht nur vertikal, sondern auch horizontal. Dieses Produkt passt sich ihren Bedürfnissen an und garantiert tadellose Ergebnisse für jedes Kleidungsstück. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3. Das iGusta Mini Mint 31 JTI ist die perfekte Lösung für alle, die ein effizientes und tragbares Bügeleisen suchen. Mit seiner Leistung von 1500 Watt und einem kontinuierlichen Dampfdurchsatz von 25 Gramm pro Minute können Sie hartnäckige Falten mühelos ausbügeln. Und dank des 0,23 Liter Tanks müssen Sie Ihre Arbeit nicht oft unterbrechen, um ihn nachzufüllen. Was dieses Produkt jedoch wirklich einzigartig macht, ist seine doppelte Dampfleistung, bei der Sie per Knopfdruck zwischen konstantem und manuellem Dampfstrom wählen können. Außerdem haben Sie mit dem LED-Touchscreen-Display immer die Kontrolle über die Einstellungen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2. Das Ariette 4167 Bügeleisen ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein Qualitätsprodukt zu einem günstigen Preis suchen. Mit einer Leistung von 1200 Watt und einem kontinuierlichen Dampfausstoß von 20 Gramm pro Minute garantiert es eine hohe Leistung. Außerdem können Sie mit dem 0,26 Liter Tank bis zu drei bis vier Kleidungsstücke bügeln, ohne Wasser nachfüllen zu müssen. Eine praktische Kontrollleuchte zeigt an, wann die Dampftemperatur für das Bügeln perfekt ist. Das Modell verfügt außerdem über eine Taste zum Sperren der Dampfleistung sowie über eine mitgelieferte Bürste zum Entfernen von Haaren auf Kleidungsstücken. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1. Homisi ist der perfekte Verbündete für alle, die ihre Kleidung stets makellos halten möchten. Dieses tragbare Bügeleisen ist ein Konzentrat aus Leistung und Zweckmäßigkeit, dank seiner 1500 Watt Leistung und seinem abnehmbaren 0,28 Liter Tank, mit dem Sie bequem mehrere Kleidungsstücke auf einmal bügeln können. Die Keramiksohle mit sieben Luftkanälen sorgt für eine gleichmäßige Dampfverteilung und garantiert perfekte Ergebnisse auf jede Art von Stoff. Mit einer Aufwärmzeit von nur 25 Sekunden und der praktischen grünen Betriebskontrollleuchte können Sie im Handumdrehen mit dem Bügeln beginnen. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Wir beschenken equipierten. Wir beschenken. hop hast.